Schauen Sie sich diesen Paketboten gut an. Er ist jung, er ist schnell und er ist gesund. 6,50 Euro die Stunde. Wer schlägt ein? Vier zu teuer. 5,50 Euro. 4,50 Euro. Ein Paketbote hat 250 Lieferungen pro Tag zuzustellen. Für jedes Paket hat er drei Minuten Zeit. Schafft er es nicht, wird er bestraft. Das geht nicht, das ist nicht einzuhalten. Wie viele Minuten habt ihr? Ja, drei. Was machen Sie da? Ich habe Ihr Paket nebenan im Kiosk. Ich war den ganzen Tag zu Hause, Sie dreckiges Schwein. Wenn du überleben willst, tu und sag so wenig wie möglich. Ich will nicht überleben. Ich will leben. Kostenlose Lieferungen, kostenloser Rückversand. Und wer zahlt dafür? Wir! Wir sollten nicht die sein, die ausgeliefert sind. Wir sollten die sein, die nicht mehr ausliefern. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Ab heute kommt kein Paket mehr wie bestellt an. Du bist nicht bei der DHL. Du bist bei einem Subunternehmer. Für dich gibt es keine Regeln. Wir bringen das System zum Erliegeln. Auf geht's! Und jetzt bestelle ich mir schön zwölf Paar Sneaker zum Anprobieren. Und dann schicke ich alle wieder zurück. Und hier bist ihr alle hinw Passt. Und dann wäre das auch geliefert einst du ganz